Hallo zu meinem allerersten Bewerbungsquickie. Kurze und knackige Tipps für Ihre Bewerbung. Heute geht's eigentlich um ein ganz kleines Thema, das aber für viele Menschen eine riesengroße Hürde darstellt. Nämlich, Ihr Lebenslauf ist fertig, alles sieht gut aus, nur das Foto fehlt noch. Sie gehen also tapfer auf Einfügen, Bilder, Bild aus Datei und suchen sich auf Ihrer Festplatte das schönste Porträtfoto von sich, das Sie finden können. Und Einfügen. Schwupps, da ist es. Aber was ist passiert? Na, Word hat es da eingefügt, wo der Cursor gerade war, also das war vermutlich hier unten. Wir wollen es aber gar nicht hier haben, sondern natürlich hier oben bei Ihrem Namen. Wir fassen es also an, ziehen es hoch und, hä, jetzt ist es da oben gelandet unter dem Namen, wir wollen es doch rechts haben, können wir es vielleicht noch ein bisschen höher ziehen, jetzt steht es sogar dazwischen. Also, ganz oft verzweifeln die Menschen daran, dass sie das Bild einfach nicht dahin geschoben bekommen, wo sie es haben wollen. Und ich verrate Ihnen heute des Rätsels Lösung. Wenn Sie das Bild markieren, dann sehen Sie, geht oben im Menü schon automatisch ein Reiter auf, der nennt sich Bildformat. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, der heißt Anordnen. Klicken wir da mal drauf. Das kann übrigens je nach Word-Version etwas anders bei Ihnen aussehen, aber diese Menüs gibt es in allen Word-Versionen. Windows, Mac, ganz egal. Unter Anordnen finden Sie zwei Varianten. Da haben Sie zum Beispiel einmal den Punkt Position. Oh, das klingt vielversprechend, oder? Wir wollten das Bild irgendwo rechts oben haben und siehe da, es gibt hier ein vorgefertigtes Layout für Bild rechts oben. Mal gucken, was passiert. Und schwupps ist das Bild rechts oben. Ist das nicht toll? Und das Beste ist, selbst wenn Sie jetzt hier oben am Text nochmal was ändern, das Foto steht da fest. Das bewegt sich nie wieder weg. Allerdings, vielleicht haben Sie ein etwas anderes Layout. Sie haben da drüber vielleicht noch eine Kopfzeile und das Bild soll halt einen Zentimeter weiter unten sein. Dann hilft Ihnen Position nicht weiter. Aber dafür gibt es auch einen tollen Trick. Sie klicken das Bild wieder an, Bildformat, so wie wir das eben schon gemacht haben, dann auf Anordnen und neben Position finden Sie einen Punkt, der heißt Zeilenumbruch. Damit sagen Sie Word, wie dieses Foto am Text befestigt werden soll. Also Sie können sich das wirklich so vorstellen, so wie wir es vorhin hatten, da konnten Sie das Bild überall irgendwo zwischen den Text schieben, sogar zwischen einzelne Buchstaben, aber halt nicht ins Freie. Und um Word zu sagen, das soll mit dem Text überhaupt nicht zusammenhängen, können Sie sagen, das Bild soll vor dem Text. Wenn wir das anklicken, passiert erstmal optisch gar nichts. Das Bild ist immer noch da, wo es eben war. Aber wenn wir es jetzt nehmen und verschieben, dann wandert es, wo immer Sie wollen und bleibt da dann auch stehen. Und das ist eigentlich die Methode, die ich immer benutze, weil das gibt Ihnen wirklich die maximale Freiheit, das Bild genau dahin zu schieben, wo Sie es gern hätten und wo es Ihnen gefällt. Das war mein allererster Bewerbungsquickie für Sie. Mehr finden Sie auf klärchen-coaching.de und natürlich beim nächsten Mal.